Willkommen zurück hier bei ... Was machen wir? Ach ja, Back to the Roots, Super Metroid. Willst du noch mal kurz hier rauf schauen, ob ich hier mit dem Supersprung da hochkomme? Ne, dafür ist hier zu wenig Anlauf, oder? Ah! Ah, nicht ganz. Schau mal erstmal darunter. Was ist denn hier so alles Schönes gibt? Einmal mischt. Dankeschön, Spiel. Und jetzt? Ah! Nein, 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 nein! Oh Gott! Na toll. Dat war sehr schlau. Oh, cool. Das war ja ... Was, nix? Ah! Okay. Ach, weiter runter. Ja, hier ist nix. Ja, extra hier diese Dinger reingemacht, dass ich nicht das Rennen anfange. Das ist ja fies. Das ist ein riesiger Raum hier. Fährt das Ding hoch? Ich wollte mich doch verarschen. Was soll ich jetzt machen? Das ist ja fies. Das ist ja fies. Der Fallschirm bringt mir nichts. Schauen hab ich hier genug Geschwindigkeit aufbringen. Nee. Keinen Fall. Ha. Kleines Stückchen noch weiter. Nein! Das Problem ist jedes Mal, wenn ich an die Decke springe, zieht das mir Leben ab. Weil wir werden ja beschädigt dabei. Ah! Oh, jetzt. Ich muss erst mal irgendwo hin, wo es, äh, AP gibt. Oh, da würde ich mir halt AP fahren. Ach so, da war ja was. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so, da war ich ganz sicher. Ja, dann sammeln wir uns hier erstmal ein paar HP ein, würde ich sagen. Aua! Aua! Achso! Hier? Ach, Mist! Aua! Aua! Farm! Okay, warum geben die mir alle Pau-Bomben? Möchte das Spiel mir jetzt sagen, dass ich welche brauche? Was war das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen! Oder doch, einmal haben wir das, glaube ich, schon mal gemacht. Ach, das ist ja krass! Ich wusste nicht, dass wir das können! Oh, cool! Nein! Genau das, was wir die ganze Zeit brauchen! Aua! Ah! Entschuldigung! Ich lasse es die ganze Zeit los! Ja, wie geil ist das denn? Ja, ne, ich kenn mich aus! Ich, äh... Geil! Richtig geil! Ist schon wieder so ein Spinner! Achso, ich habe das jetzt gar nicht gesehen! Okay, ich habe das richtig gesehen! Ja! Oh cool! Äh, was ist das denn? Oh, und ich könnte doch mal schauen... Nee, ich will... Will ich das? Ich glaube nicht. Das ist ja cool, wenn ich das gewusst hätte. Ey, Fortschritt! Wahnsinn! Uh, Powerbombs! Noch mehr! Äh, ist schon mal nicht schlecht. Aua! Aber Moment! Ich soll dich hier mal speichern. Wo? Oh! 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 Springt da jetzt einfach rüber. Das war dämlich. Das war noch dämlicher. Ach cool, die Gegner kann man so auch besiegen. Ne, ist gut zu wissen. So, genau, jetzt kann ich da auch unten tun, aber weiter. Ich kann das. So, einmal wieder vollladen. Sehr gut. Ja, so halbwegs. Jetzt sind wir wieder da, was ich schon kenne. So, jetzt sind wir wieder da, was ich schon kenne. Äh, was? Ich bin hier falsch. Anscheinend muss ich da durch die Lava, aber... Dafür ist mein Anzug noch nicht ausgelegt. Also, ich schätze mal, dass mein Anzug mal dafür ausgelegt sein wird. Okay, ich verstehe. Was komme ich da oben hin? Ach ja. Äh... Und... Ach nee, nicht das hier wieder. Au. 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 Das macht ihm nichts. Okay. Ja, Leute, ich hab jetzt keine Zeit hier für... So, hier. So, hier. Hier, einmal da. Ah! Das war vielleicht ein bisschen laut. Ah! Aber du verlauchst. Das war nicht gut. Ahem. Na! Moment, kann ich mich daran festhalten? Nö, das geht nicht. Frechheit ist das. Noch mal von vorne nehmen. Läuft doch, auch wenn es ein bisschen Schwierigkeiten gab. Was ist das? Der Wavebeam. Aber was soll das denn jetzt bringen? Oh, jetzt dreht sich der Schuss oder was? Und dann, können wir hier noch irgendwas freispringen? Irgendwie ja nicht so. Aber über dem einen Safe-Raum ist doch was. Oh, das war ich nicht. Auf einmal wird das ganze Spiel langsamer. Das ist halt geil, du kriegst ein Item und kannst jetzt so viele Sachen erledigen. So, jetzt erst mal speichern und dann machen wir Feiern für heute und sage jetzt mal vielen Dank für's dabei sein, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn's ja weitergeht, bei Vector Roots mit SuperMetroid. Ciao!